monat hat ein herzliches konzern gta 5 online switch womit ihr euer geschlecht ändern könnt und damit könnt ihr auch euch die bierhelme und die einholmaske ich zeig euch hier im video nur die bierhelme ihr müsst halt einfach alle t-shirts und ein paar tiermasken kaufen kauft euch erlassen die billigsten habe ich auch gemacht und ja sie bekommt die bierhelme muss übrigens da das geschlecht ist gerade ändert so habt ihr gerade gesehen halt hast nach unten und kreis gleichzeitig drücken also kreis ein bisschen zeit oder das war das war es dann hat man sich der tag die nächste zeit aber gleich immer da lassen bei mir ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.